Wenn ihr wissen wollt, was wir heute bauen, dann bleibt dabei! Taschen, Leute! Taschen! Wir sind heute wieder im Camp unterwegs. Was steht an, Andi? Dringliche Sachen, die wir uns so ausgedacht haben. Und ich würde sagen, gar nicht lange schnacken, direkt loslegen. Da hinten haben wir schon mal Platz gemacht. Die Stühle mussten weichen. Und was auch noch weichen muss, unser erster Hacklotz, der jetzt nur noch dafür funktioniert, einfach die Holznägel herzustellen. Aber die Holznägelmaschine und dieser Stamm, die kommt irgendwo anders hin. Weil hier entsteht was richtig cooles später mal. Der kommt schon mal weg hier. Stabil ist er, ja? Mal gucken, wie lange wir brauchen, den auszugraben. Der Hoshi ist draußen. Was wir faszinierend fanden, ist, dass der kaum, also hier so ein bisschen, aber kaum angegammelt ist. Der war jetzt da ein Jahr, anderthalb Jahre drinnen. Und man sieht bis jetzt erst mal noch gar nichts. Also da hätten wir vor allem bei Birke deutlich mehr erwartet. Liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass es hier so ein trockener Sandboden ist, der das Wasser auch nicht so hält, dass es da direkt durchsickert. Also sich hier gar nicht diese Feuchtigkeit überhaupt sammeln kann. Ganz gut zu wissen. Wir haben uns gerade doch entschieden, bevor das Ding jetzt irgendwie im Camp einfach rumliegt, machen wir es doch heute, jetzt direkt. Und zwar, es kommt hier rein oder hier hin, genau daneben, damit wir trotzdem Holz hacken können oder zu zweit Holz hacken können und die Platte von der Nagelmaschine genau hier rein passt. Zeigen wir euch nachher, wie das dann aussieht, wird gut, glaube ich. Fertig gebuddelt haben wir. Es war schon wieder eine Plackerei, weil so viele Steine da drin waren, es ist unfassbar, ja? Egal. Jetzt kommt das Stämmchen da wieder rein. Wir gucken, wo wir absägen müssen und dann sägen wir ab und dann ist das fast schon fertig. Wow, wow, wow. So, warte, warte. Lass ihn dann so ein. Ja. Mein Schwand. Ja, cool. Ja, perfekt. Oh, das ist gut. Ja, genau. Hier so absägen. Ja, einfach drunter, oder? Ja, dann ist er ein bisschen zu tief, aber dann machen wir noch ein bisschen Erde rein, dann passt das. Ja, genau. Super. Okay, nochmal ein Maß. Super. Perfekt. Ey, ist das geil. So soll es aussehen, ausgemittelt haben wir es gerade. Ich zeige euch das mal hier. Zack. Schön gerade, es liegt überall auf diesmal. Krasse, krasser Fortschritt hier, ja? Gut, dass wir es am Ende machen. Äh, genau. Und nicht heute, aber an einem anderen Tag, wenn wir es eingebuddelt haben, werden wir nochmal das hier ausklinken. So fünf Millimeter oder so, keine Ahnung. Und dann rutscht das ja auch gar nicht mehr weg. Richtig geil. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Jetzt schön eingegraben, schön auf einer Höhe. Damit kann man arbeiten. Sehr schön. Tadaa. Hier liegen jetzt sechs Stämmchen. Andi, wofür brauchen wir die? Wir brauchen die. Und zwar, diese vier Stämmchen sind die Grundpfeiler. Und die zwei Stämmchen kommen oben rauf. Für was? Für dieses Holzlager. Aber... Später kommt hier noch so eine Schwitzelte hin. Jetzt kann man es ja einfach mal sagen, was da hinkommt. Und dazu brauchen wir natürlich eine zweite Feuerstelle. Die kommt auch später noch, nicht heute. Und hier kommt nochmal ein Holzlager hin. Weil Holzlager kann man nie genug haben. Es sieht geil aus. Es muss ja eh lange trocknen, das Holz. Also hat eigentlich nur Vorteile, noch ein drittes zu bauen. Und der Winter kommt auch. Das heißt, wir wollen vor dem Winter diese ganzen Holzlager auch nochmal vollknallen, richtig? Ja. Ja, und dafür muss halt vorgesorgt werden, dass wir hier halt auch im Winter ordentlich Feuerholz haben. Diesmal machen wir mal eine kleine Sache anders. Wir wollen jetzt die U's, die umgedrehten, quasi vorher schon mal bauen. Und dann erst den Boden einlassen, weil wir beim letzten Mal immer mit dem Austarieren und so Probleme hatten. Und das wollen wir jetzt mal vermeiden, indem wir clever sind. Wir fangen jetzt an, das Ding zu bauen. Und zwar haben wir den oberen Balken. Damit meine ich den, der da oben liegt. Ja, ihr wisst schon. Und jetzt müssen wir erstmal messen, welche Länge wir brauchen. Warte mal kurz. Hier haben wir nämlich schon den Ast vorbereitet. Wir haben nämlich hier gemessen. Von außen bis zur Kante, wo der Holznager da reinkommt. Weil wir wollen eigentlich genau das gleiche Ding nochmal bauen. Legen wir hier nochmal an. Da ist der Punkt. Und da bohren wir jetzt rein. Schön gerade, wenn es geht. Das geht so gut, ey. Das ist echt eine massive Verbesserung zu dem Ding davor. Und den zweiten, oder das zweite Loch wird jetzt auch reingeballert. Ey, dieser Bohrer hier ist so gut. Der ist aber auch scharf, ne? Alter. Ja. Und dieses Bohrgerät jetzt hier. Ja. Der Handbohrer. Viel besser als das davor. Die letzten Löcher werden hingebohrt. Jetzt benutzen wir gleich mal die Holznagelmaschine. Klapp. Da liegt er. Perfekt. Hier nochmal für euch das erste Gestell. Zupp. Und das zweite haben wir auch schon vorbereitet. Das nehme ich hier. Da liegt es schon. Ja, jetzt werden wieder Löcher gebuddelt. Und dann geht's ab. Dann werden die Dinger reingemacht und aufgestellt. Urukai. Ich fühle mich hier wie so Flankenträger aus dem alten Rom. Na hier, Urukai. Oh. Standarte. Das Grundgeriss steht. Jetzt heißt es einmal ganz, ganz viele Stämme durchsägen. Damit wir das ganze Teil hier beplanken können. Dann bauen wir noch die Unterkonstruktion. Und dann reicht das hier an der Stelle auch erstmal für heute. Und wir wenden uns dem nächsten Projekt zu. Das ist das Ergebnis von gerade. Und diese Masse an Stämmen, ja, die wird jetzt hier schön beplankt. Sollten wir die Puffis hier einfach anreichen, oder was? Ja, du kannst die glaube ich sogar einfach rauflegen und ich sortiere die dann ran, oder? So, komm mal schnell voran. Ah! Ah! Haben wir jetzt einmal viel zu viele Stämme gemacht? Wirkt doch so, oder? Warum ist denn das so? Hä? Weil das wirkt jetzt wirklich schon... Hast du nicht verrechnet? Nee. Ich habe ja gezählt. Ja? Jeweils zwei abgezählt. Insgesamt waren es 17. 16,5 habe ich gezählt. Na ja, wir werden gleich feststellen, wo unser Fehler war. Also hier ist definitiv, liegt hier ein Fehler vor. Ich habe oben gezählt. Nur oben, da liegen schon 17. Was? Jeder jetzt noch zweimal und dann... Warum ist denn das immer so? Weil wir alle ein bisschen doof gehen. Hä? Wie ihr seht, es ist dunkel geworden. Wir haben das Teil jetzt hier fertig überplankt. Wasserdicht wird es dann demnächst gemacht. Wir wollten erstmal nur das Grundgestell hinstellen, dass das einfach schon mal fertig ist. Weil das ist in Anführungszeichen die ätzende Arbeit. Und uns ist aufgefallen, dass wir viel zu viele Stämme rangekarrt haben. Wir hatten quasi einen Rechenfehler, beziehungsweise ich. Und wir haben jetzt doppelt so viel da. Ist aber nicht schlimm, weil die werden wir jetzt gleich für eine andere Sache direkt benutzen. Und zwar haben wir gedacht, mit diesen restlichen Stämmen können wir ja... Sind jetzt natürlich zu lang, ist klar. Das Ding hier noch beplanken, damit es einfach cooler aussieht und wirklich wie so eine Outdoor-Theke. Dazu, wir werden es jetzt nicht ein zweites Mal absägen. Wir werden damit gleich stabil ist, schön eingraben. Also graben wir hier quasi einen Kanal einfach. Setzen hier ein, damit alles auf diese Höhe ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, hier so. Und dann ist schick. Und dann kommt oben quasi auf die Querlattung hier, auf das Querding, nochmal mit Holznägeln ein so ein Stamm draufgesetzt. Dass die auch nicht wegkippen können und dann passt das. Geht schnell, wir haben jedes Material schon da und es wird richtig gut aussehen und uns weiterbringen. Das ist wie so eine halbe Wand halt, ne? Genau. Und wir können da drunter noch ein bisschen Feuerholz stapeln. Also kleines Feuerholz. Für den Ofen. Für den Ofen, genau. Ja, ja. Mega. Also, let's go. Heute wird auf jeden Fall viel gebuddelt, merke ich gerade. Wir merken es jetzt schon. Das wird nicht. Ja, hier sind halt die großen Wurzeln drunter, von den großen Bäumen. Auch von der Eiche hier und die kappen wir nicht. Ist ja logisch, ne? Sonst machen wir uns hier einen schönen Baum kaputt. Alter Schwede. Und dann müssen wir halt nochmal absägen. Ist ein bisschen schade, aber so ist es halt. Richtig. Leben in der Lage. Zack. Erstmal angesetzt hier und gleich mal markiert. Und dann müssen wir jetzt leider, Leute, jeden einzelnen absägen und anpassen. Aber ist halt so. Dann stellen wir die mal hin. Gucken, ob Andi hier auch keinen Quatsch gemacht hat. Nö, passt. Ja, Leute, wir brauchen eigentlich jetzt nicht jeden einzelnen Stamm zeigen, ne? Das sind jetzt einfach 50 Millionen Stämme, die wir da anpassen. Der ist doch fast fertig. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich würde sagen, wir machen es einfach. Wir machen euch einen Zeitraffer und dann ist es schick. Leute, ein klitzekleiner Break für unseren Sponsor Revolution Race. Genau. Wer für den Winter noch Klamotten sucht, wie dieses Tornado-Vlies oder schöne lange Merino-Wollunterwäsche, die Andi hier auch gerade trägt, oder auch nochmal ein paar Hosen, jetzt auf jeden Fall unten mal in der Videobeschreibung reinschauen und den Link klicken. Und ihr kriegt jetzt im November, das ist nämlich Black November bei Revolution Race, kriegt ihr E-Rabatte und obendrauf kriegt ihr von uns nochmal 15 Prozent. Mit dem Code? Naturensöhne15. Vorbeischauen lohnt sich also. So sieht es schon mal halbwegs fertig aus. Richtig doll cool, wie wir finden. Es sieht so schick aus. Und hier wird euch den Tingle immer noch gleich ein bisschen anders. Da muss dann noch so ein kleiner Keil quasi rein, weil da hat er nicht richtig gepasst. Und jetzt knallen wir den Dicken, der hier unten liegt, schön davor. Bohren die Dinger da. Ich kann schon gar nicht mehr reden, es ist immer so schwer. Bohren dann quasi hier nochmal überall rein. Holznägel, dass das alles fixiert ist. Unten den Graben voll machen und dann haben wir eine richtig schöne massive Wand. Und dann sieht das so richtig thekenmäßig aus. Da musst du eigentlich noch so ein Barschild hinhängen. Eigentlich schon. Wie das aufwertet diese kleine Wand, ja? Richtig cool. Das ist die kleinste Axt, die ich hier finden konnte im Lager. Und dafür bleibt die Dinger auch nicht drin. So. Okay, bis jetzt. Sehr schön. Ach geil. Alter, wartet bitte an dem. Ich glaub schon, du siehst wie du erlangt wolltest. Nein. Jetzt buddeln wir das Ganze wieder zu. Und wollen so einen klitzekleinen Wall anschütten, damit das Regenwasser, was hier runter tropft, ein bisschen abgeleitet wird vielleicht. Mal gucken. Vielleicht dann hier entlang fließt und so. Genau. Und nächstes Mal werden wir auf jeden Fall hier einen kleinen Kanal. Wie nennt man das? Einen Graben? Eine Drainage. Einen Graben ziehen. Damit das so ein bisschen weiter weggeführt wird, das ganze Wasser. Aber es kommt wirklich was zusammen von dem Dach. Muss man mal so sagen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gezeigt. Bestimmt habe ich schon mal gezeigt, dass es im drinnen halt leicht feucht wird. Aber nicht, weil es quasi durchregnet, sondern weil das Wasser, weil hier halt ein Hang ist, abfließt. Und da wollen wir jetzt ein bisschen gegenarbeiten. Einmal das hier schön feststampfen, die ganze Nummer von außen. Jetzt haben wir hier schön einen kleinen Graben gezogen. Um eine Ecke rum. Und da auch nochmal. Einfach, dass das schon mal provisorisch da ist. Schöne kleine Drainage. Genau. Damit das Wasser einfach nicht mehr in die Bude reinfließt, sondern einfach außen versickert. Und genau in diesem Graben werden wir nächstes Mal nämlich so Kieselsteine, alles was wir finden. So kleinen Steine einfach ganz viel reinlegen. Erstens kann man da nicht mehr stolpern in den Graben. Und zweitens hat es trotzdem die Funktion, dass es ja versickern kann. Genau. Und es sieht auch gleichzeitig noch schick aus, wenn da so eine klare, helle Linie drum gezogen ist. So Fußballplatz-mäßig ein bisschen in Anführungszeichen. Macht es einfach nochmal ein bisschen schicker. Kommt zu Rechtsegen der Stämme. Hier haben wir jetzt noch diversen Verschnitt. Und da wir hier den nicht verkommen lassen wollen, werden wir jetzt doch noch bei unserem neuen Holzlager unten eine Unterkonstruktion schnell zurechtlegen. Die hier alle spalten, wegsortieren. Dass die wenigstens schon mal vor der gröbsten Nässe weg sind und schon mal so ein bisschen vortrocknen können. Die brauchen wir auch. Gut, dann fangen wir mal an. Einfach die Dinger hinlegen. Das wird nämlich alles vom Eigengewicht gehalten. Okay? Ja, so gut. Das ist doch tippitoppi. Genau. Deine dicke Seite kommt nach links und meine nach rechts. Damit das so... Wie du willst. Oder? Genau, auf dem Toilet. Ich geh mal gucken. Oder wird es innen sich dann schief? Das kann aussehen. Okay. So gut. Von unten nochmal gesehen. Jetzt haben wir schöne Stammdecke vom Boden weg hier. Also auch von der Feuchtigkeit vom feuchten Boden. Und dadurch ist erstens Luftzirkulation schön und zweitens einfach allgemein immer vom Boden weg ist eine gute Idee bei trockenem Holz. Kleiner Holzhaufen plus große böse Axt plus Gerard und Anni heißt, wir werden jetzt ziemlich viel Holz spalten. Und ihr seht das in ziemlich vielen Beauty-Shots jetzt. Und dann werden wir das Holz einstapeln. Lad ab, das Ding. Wie immer noch eine Frage an euch. Wir wollen im nächsten Camp-Video auf jeden Fall die Schwitzhütte anfangen. Und dafür haut ihr jetzt einfach mal alle Tipps, die ihr habt, in die Kommentare. Eine Menge geschafft auf jeden Fall heute. Hat trotzdem alles irgendwie ultralange gedauert. Aber wir freuen uns jetzt schon in der nächsten Bushcraft-Camp-Folge die Schwitzhütte zum Bauen. Da hab ich richtig Bock drauf. Schönen Aufguss aus Fichtennadeln dann vorher noch ansetzen in so einem Eimerchen. Und dann mal richtig einen wegschwitzen. Was natürlich noch fehlt, ist dann irgendwie was zum kalt abduschen oder so. Da musst du uns auch mal Gedanken machen. Wahrscheinlich auch ein Eimer mit so einer Kelle drin, wo man sich damit beschütten kann einfach. Dann schön einmal weg und dann wieder Rinder. Wäre geil. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall abonnieren, liken und uns nächsten Samstag wieder einschalten. Also bis dahin. Ciao.